Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Was sagen wir den Gründern? Was sagen wir Ihrem kleinen Händchen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Sag, wo er hin soll. Auf das Kampfgeschäft. Das ist ein Wunderschön. Das ist ein Wunderschön. Das ist ein Wunderschön. Das war's für heute. 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 Elisabeth! Der Vogel Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Elisabeth? Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Gibt es hier eine Antwort, gibt es hier eine Antwort, gibt es hier eine Antwort, weißt du? Hier runter! Ja. 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 Ja, zunächst wundert, dass es jetzt... Achso, chronisch hat er mir anscheinend das jetzt geschafft. Und irgendwie hat mein Headset nicht funktioniert. Und irgendwie hat mein Headset nicht funktioniert. Okay. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Ja. Ja. Jedefalls, ich sage jetzt voraus, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sieh dir das an. Und mach mich stumm. Ciao. Ciao. Oh. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott. Wunderschön. Was, die Sterne? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Komm. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich... Ich konnte ihn nur nicht sehen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach... Nach überall. Man brauchte sich nur aussuchen. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variablen. Ja. Dich, vielleicht visiten sie nicht. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, woher ich gehe. Bokka. Das ist schon geschehen. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich noch wohntet nie. Ich suchte damals... Komm nun. Die Zeit sie drängt. Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan. Nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Rats? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Was war denn das? Geh sie weg! Weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus! Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Sorry, dass ich gerade reinspreise, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schulden. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte. Das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein... Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Bukka, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. Debit, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Boah, Leute. Ja, komm. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht Sie von Ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Bukka, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Du meinst wie Chamlin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Ich bin nicht mehr mit, hört ihr? Ich steig aus. Gebt sie zurück. Gebt sie zurück. Es geht schon. Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein. Es ist vorbei. Los. Nein. Nein, nein, nein. Ich steig die Maschine. Nein. Anna. Ich steig die Maschine. Gebt mir meine Tochter zurück. Nein. Anna. Anna. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Sie ist fort, Bukka. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam mein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Es tut mir so leid, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und du siehst. Töten Sie die Schollen. Und töten Sie die Schollen. Siehst du? Er reimt sich seine Geschichte hinter. Töten Sie die Schollen. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenn das. Ich hab's ja nicht. Und töten Sie. Bukka, wach auf. Bukka, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rausfinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schalt. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Ja. Also nicht wundern, wenn ich das überziehe oder so. Das, ich glaube, ist das Finale. Und war mir schon an die 25 Minuten und hab noch 99 GB noch. Und ja. Toll. Genau. Genau. Du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren? Eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Sorg. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Uka DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ja. Und das war Bioshock Infinite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Let's play. Let's test. Oder auch online together. Bis dann. Euer Sohnichtals Gaming. Tschüssi. Tschüssi. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you. Without you and me, if you should ever leave me, the light would come.